Ist ja ne logi Okay, 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 jetzt wirds Du wirst ja was da, viel Spaß Ich hab Zeit Sonst der Böse Ne? Bleibliegen Du bleibst auch liegen Aufstehen tut euch nicht gut Schont euren Rücken So Panzer Bisher noch Da müssen wir rein Ja Dann kommen wir am schnellsten da hoch So, ich das seh Warten Sie Wir sollten eine dieser Banshees nehmen Sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig zum Impulsgenerator Das ist richtig Dafür müssen wir auch mal den jetzt ausschalten Die letzten drei Schuss Die letzten drei Schuss Die Blatterfläche Die liegen Okay, ich brauch jetzt Das war so Ach guck mal Oh Mann, wir haben auch so einen. Ganz mutig hier. Ganz gut, ganz gut. Ich rede jetzt gerade ein bisschen mehr. Ich versuch's so professionell wie möglich zu machen. So ein bisschen besser zu ziehen. Ich will meine Raketen auf Munition nicht verschwinden. Ja, die Kleine, aber die großen Uni hat nicht so wirklich den da zum Beispiel. Ich kann nicht... Alter! Ich muss mal ganz kurz tauschen, sonst können wir keine Munition. Ja, jetzt... jetzt krieg ich euch. Wo bist du? Komm, zeig dich. Zeig dich, du Feige, so. Komm, mein Trick hier. Ne, ne, vergiss mal. Vergiss es mal ganz schnell. Wow, wow, wow. Eigentlich mal kurz zur filing. Gitarren-Karan. Seh mal. Ich bin der Karten. Todos im Gericht ausgeriten. Es geht jetzt mal kurz. Ich bin der Karten. Es geht nach der Karten. Ja, noch nicht. Ich bin der Karten. Ich bin der Sand. Und ich bin der Säger. Ich bin der Karten. Und die Karten. Und die Karten. Entschuldigung, dass ich so billig vorgegeben bin, aber ja seltsam, als ungestattet ist nicht. Musste ich so machen. Jetzt sind wir dann auch ein bisschen drunter gelitten, alles geht auch. Jetzt muss ich hier mit dem... Wir haben noch ein paar Austerschaden, die schaffen wir auch so. So. Eieieiei. Okay, versuchen wir mal, zu Glück. Oh, oh fuck, ich bin so doof. Ja gut. Wenn man so blöd ist, dann muss man ja gleich drunter legen, ganz klar. Ach, das war jetzt echt... Oh ne, jetzt muss ich das alles nochmal machen, das tut mir wirklich leid. Das tut mir wirklich leid, das war jetzt kackt. Okay, ich gebe mal das mehr um. Na ja, das war... Ja ja, warten Sie. Warten Sie. Warten Sie. So. Ich mach jetzt die Knarre hier leer. Na komm schon. Ach komm. Hab ich die Schleier? Okay. Dann wird die jetzt sofort rausgetauscht gegen eine Raketenmache. So. Ich nehm die nachher wieder kurz, aber auch schon mal was ich muss. So. So. Okay, ich muss mal wieder ganz kurz in Deckung werden. Oh mein Gott. Versuchst uns das Ganze ein bisschen schneller zu lösen. Und trotzdem dabei nicht zu sterben. Also... Fuck, das sieht damit genauso. Die Hausforderung ist groß. Okay. Okay. Das lief gar nicht mehr so schlecht jetzt. Das lief sogar gut. Aber... Ich nehme mal die Knarre von dem hier. Lass mal. Dann hab ich auch ein paar sehr schön. Okay. Jetzt nicht mehr ganz so blöd anstellen. Bei dem Tank und dann ist alles okay. 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 Der hat mich schon im Visier. Ich schieße es einfach mal. Zack. Eine rein. Nochmal eine. So. Seht ihr? Ich kann es doch. Tut mir leid, dass es zu lange geht. so blöd anstellen muss. So. Mit dem haben wir gesagt. Jawohl. Dankeschön. Schöne noch jemand. Schnellen Benji rein. Gut. Los geht's. Der Nachpunkt stellt unser Ziel dar. Ja. 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 Bisschen Zeit für. So sag ich mal noch. Der Spiele rein muss immer sein. So. Ciao. Bitte einmal die Landeplattform räumen. Danke. Noch irgendwie jemand so ein unsichtbarer oder sowas. Acht davon schon mal Nachschub. Komm. Mach mal mal die Tür auf für mich. Wir wollen nicht mehr. Okay. Ich lande schon. So. Gut. Ich bin im Raketenmauervergleich vielleicht. So. Hallo. Daddy ist zu Hause. Huch. So legt ihr euch denn schon alle schlafen? Kein guter Nachkuss. Zack. So. Okay. Jetzt wird's echt. Hallo. Jemand. Ja. Das ist der Generator. Sein Zentralkern ist ein Signalverstärker und den müssen wir abschalten. Ja. Wir müssen den Energiestrom des Generators unterbrechen. Ich habe ihr Schildsystem so eingestellt, dass es einen so heftigen E-Impuls abgibt, dass der Generator lahmgelegt wird. Dazu müssen sie in den Strahl hineinlaufen. Der Impuls müsste den Generator überladen, aber er legt auch ihre Schilde lahm und macht sie verwundbar, bis die Schilde wieder geladen sind. Ehrlich, Cortana hat nichts besseres eingefallen. Na gut, rein hier. Dann. Missionsziel erreicht. Der Impulsgenerator wurde überladen. Ja. Der Zentralkern des Generators ist offline. Gute Arbeit. Ja. Wir sind schon jörsche Kackpratzen wieder da. Da fliegt noch mal einer, so eine Kackpratze hier, so. Zeig dich. Ich hasse diese Musik. Okay, wieder einer weniger. Ah ja, einer fliegt noch bei, ja klar. Gut, nochmal einer. Da war doch gerade einer, ja. Mann, wieso treffe ich den nicht? Jetzt ist gleich meine Munition raus. So. Bumm. Und hier bin ich reingekommen. Jetzt brauche ich hier einen Pfeil, der mir sagt, wo ich raus soll. Keiner da. Ach, wie schön. Was mache ich? Hast du, was passiert denn jetzt hier? Ähm. Die nochmal reinlaufen? Rauchschießen? Ich hab keine Ahnung, was muss ich jetzt machen. Montana, keine schlaue Idee mehr. Hab ich was übersehen? Ja, die Musik könnte jetzt auch wirklich mal nachlassen, langsam. Jetzt fängt es an zu machen. Jetzt fängt es an zu machen, ne? Naja, wo kann ich das tun? Dann, und ich finde nichts anderes, da gehe ich einfach mal wieder raus. Schau nochmal. Oh nein, hier nicht. Wahrscheinlich muss es jetzt auch, deswegen bebt es so. Ja, ich weiß nicht. Mal die Waffe wechseln. Ah ja, du hast doch richtig. Der Karte-Generator befindet sich in der nächsten Schlucht. Ich markiere das Ziel mit einem Nachtpunkt, wenn wir näher dran sind. Okay. Okay, sag ich mal ganz kurz. Bisschen was unbrauchbar machen hier. Der nächste Schlucht. Wenn wir näher dran sind. Ach ja. Okay. Hallöchen zusammen. Ja. Ball. Wer hat denn die Frechheit auf mich zu schießen? So. Verpiss dich jetzt hier. Das sieht jetzt auch schon mal clean aus, würde ich sagen. Ich lande mal. Abonniere nur für dich, Cottheimer. Guten Tag! Äh, was? Grenade! Plasma Grenade! Die haben wohl eine Kittenreaktion ausgelöst. Was, wo? Ja, dahin, dahin, dahin! Stopp, stopp! Das ist jetzt aber gemein. Gut, gut, ihr wollt so, bitteschön, ich wollte nur spielen. So. Hallöchen! Okay. Bitteschön. Die Waffe gefällt mir besser. Dankeschön. Und die ich noch schon. Ehrlich jetzt, wie? Wie, wie? Was? Was? Der wächt mir aus. Ach, Leute, 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 das darf doch auch eine Paße. Ich bin gar nicht da. Da drüben! Was war's? Was war's? Was war's? Wie voll süß, ne? Was? Und schon wieder Schild weg? Ich glaub's nicht. Ich hab's nicht. Was? Bitteschön, legst mich weg! Ah! Ja. 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 Ja! Jetzt krieg ich euch aber. Alter. Durchs Fenchst, oder was, ihr seht so? Ja, friss. Mann, jetzt häng ich wieder nach vorne. Mann, Fisch, hier darf doch wohl nicht da sein. Ich bin schon wieder gleich am Arsch. Ich mein, wend am Pfosten. Ich häng geblieben, ich glaub's gar nicht. Uh, manchmal. Oh, er da unten. In billigen Plätzen hier. Was willst du? Wo gehst du hin? Bleib stehen. Jetzt reicht's. Ich hab die Waffe aufgeladen, nur gewartet, dass ich komme, ne? Alter! Das ist ein bisschen viel jetzt. Das ist auch ein bisschen zu viel. Wieso bleib ich beim Rückwärtsgehen immer an den Wänden hängen? Oder am Pfosten irgendwo? Das darf doch alles nicht wahr sein. Hier, bitteschön. Ich treff ihn nicht mal. Okay, okay, okay. Ich hab Zeit. Der liegt. Ich hab ihn verloren. Ich bin nicht verloren gegangen, keine Sorge. Ich mach einen, aber noch der gleiche. Wie? Jikum war schon nie. Ich hab ihn noch nie. Wie? Aber das clients. ja auch mal ja damals war so viel spaß man was stecken die heute ein das gibt es doch wirklich nicht ich treffe nichts mehr heute machen wir jetzt noch einer der stresse jesus jesus unglaublich unglaublich ja ja Was sind das für ein Versteckspiel hier? Ihr kleine Schweine Kann man so laufen? Ok Kontrollpunkt bitte, aber so schnell kommt wahrscheinlich gar nicht Doch jetzt kommen wir noch Oh nein, das heißt auch nicht so gut Ich warte mal kurz Ich hab's gewusst Hier kann man so ein Kackdruck sein Ich leck mich jetzt Batterie aus Hier Nächste Die fallen nicht um, egal wie ich drauf falle Das gibt's einfach nicht Ich leck mich jetzt In meiner Form Da Ich leck mich auf Ich leck mich